Rudolfo Valiente Garcia war der verantwortliche Kellermeister der renommierten Bodegas Vegalfaro. Heute ist er für die Weine seines eigenen Familienweihgutens in der Utiel Requiena zuständig. Diese Crianza wurde aus Bobal und Syrah erzeugt und in Barrick ausgebaut. Ein wirklich urwürziger und fleischiger Wein mit feinen Röstaromen und einer dichten Frucht. Getragen wird dieser Wein von seiner muskulösen Eleganz und seinem spanischen Charme.